Alle vier Jahre wählen wir Amerikaner den Präsidenten. Heute erkläre ich, wer wählen darf, welche Voraussetzungen ein Kandidat erfüllen muss, wie man Kandidat wird und wie wir den Präsidenten wählen. Zuerst beschäftigen wir uns mit der Frage, wer darf wählen. Man muss mindestens 18 Jahre alt und US-Bürger sein, um in den USA zu wählen. Wenn man am oder vor dem Wahltag 18 Jahre alt sein wird, darf man wählen. Man muss sich auch vorher zur Wahl registrieren lassen. Wenn du in den USA wohnst und dich zu dieser Wahl registrieren lassen möchtest, sind ein paar Links in der Beschreibung dafür. In manchen Bundesstaaten, wie z.B. in Illinois, wo ich wohne, kann man am selben Tag sich registrieren lassen und wählen. In manchen Bundesstaaten dürfen verurteilte Verbrecher nicht wählen. In Maine und Vermont dürfen verurteilte Verbrecher wählen, auch wenn sie immer noch im Gefängnis sind. In 16 Bundesstaaten und Washington D.C. dürfen sie nicht wählen, wenn sie inhaftiert sind, aber danach bekommen sie ihr Wahlrecht zurück. Manche Bundesstaaten davon, wie Florida z.B. erlauben das nur, wenn alle Strafgelder, Schmerzensgelder oder Gebühren bezahlt werden. In 11 Bundesstaaten gibt es andere Bedingungen, die von den Verurteilten erfüllt werden müssen. Für mehr Informationen darüber klickt die Links in der Beschreibung. Wer darf Präsident werden? Ich darf noch nicht Präsident werden. Ich bin noch nicht alt genug. Man muss 35 Jahre alt sein. Der jüngste Präsident war Theodore Roosevelt, der 42 Jahre und 322 Tage alt war, als er Präsident wurde. John F. Kennedy war der jüngste gewählte Präsident. Er war 43 Jahre und 236 Tage alt. Falls du es nicht wusstest, wurde Theodore Roosevelt nicht gewählt, sondern nach dem Tod von William McKinley automatisch für den Rest der Amtszeit in die Präsidentschaft aufgerückt. Nach dieser Amtszeit wurde er gewählt. Um Präsident zu werden, muss man auch ein sogenannter Natural Born Citizen sein. Jeder Mensch, der die Staatsbürgerschaft der USA durch seine Geburt erlangt hat, ist ein Natural Born Citizen. Er oder sie muss auch mindestens 14 Jahre in den USA gewohnt haben. Wenn man schon zwei Amtszeiten als Präsident fungiert hat, darf man nicht noch einmal wieder gewährt werden. Das bedeutet, wenn man acht Jahre Präsident war, darf man nicht mehr Präsident sein. Okay, du bist alt genug, du bist US-Bürger und du wohnst seit mehr als 14 Jahren in den USA. Wie wird man Kandidat? Theoretisch könnte jede Person, die diese Voraussetzungen erführt, Kandidat werden. Aber in der Wirklichkeit ist es nicht so einfach. Es gibt zwei große, wichtige Parteien in den USA, die Republikaner und die Demokraten. Nur sechs Präsidenten waren weder Republikaner noch Demokraten. George Washington war Parteiloser. John Adams war Föderalist. William Henry Harrison, John Tyler, Zachary Taylor und Millard Fillmore waren Whigs. Es gab auch vier sogenannte demokratische Republikaner – Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe und John Quincy Adams. Seit Abraham Lincoln und Andrew Johnson sind alle Präsidenten entweder Republikaner oder Demokraten. Um eine echte Chance zu haben, um Präsident zu werden, muss man entweder Republikaner oder Demokrat sein. Ross Perot, ein Unternehmer, der weder Demokrat noch Republikaner war, hat 1992 fast 19% der Stimmen bekommen. Aber außer ihm bekommen Kandidaten von anderen Parteien nur bis auf fünf Prozent der Stimmen. Um Kandidat der Republikaner oder Demokraten zu werden, muss man zuerst die Vorwahlen gewinnen. Das sind Wahlkämpfe innerhalb der Partei. Von Januar bis Juni vor der Präsidentenwahl gibt es Vorwahlen. Dann gibt man eine Stimme für einen möglichen Kandidaten ab. Wer diese Vorwahlen gewinnt, wird zum Kandidaten der Partei. Jetzt haben wir unsere Kandidaten. Wie wird ein Kandidat zum Präsidenten? Es gibt zwei Schritte. Der erste Schritt ist der sogenannte Popular Vote oder die Stimmen der Wähler. Jeder US-Bürger, der wählen möchte und darf, gibt eine Stimme ab. Der Kandidat mit den meisten Stimmen wird Sieger des Bundesstaates. Das bedeutet nicht, dass er oder sie automatisch Präsident wird. Der zweite Schritt ist das Electoral College oder Wahlmännerkollegium. Jeder Bundesstaat hat so viele Wahlmänner wie Vertreter in beiden Häusern des Kongresses, die diesen Bundesstaat repräsentieren. Alle Bundesstaaten haben zwei Vertreter im Senat. Im Repräsentantenhaus kommt es darauf an, wie viele Einwohner ein Staat hat. Je mehr Einwohner, desto mehr Vertreter. Ich wohne in Illinois. Wir haben 18 Vertreter im Repräsentantenhaus und zwei im Senat. Wir haben also 20 Wahlmänner. Kalifornien hat die meisten, 43 Vertreter im Repräsentantenhaus und zwei im Senat, also 55 Wahlmänner. Es gibt sechs Staaten plus Washington DC, die nur drei Wahlmänner haben. Insgesamt gibt es 538 Wahlmänner in den USA. Sie wählen im Dezember. Wenn ein Kandidat die Mehrheit der Stimmen in einem Bundesstaat gewonnen hat, bekommt er alle Wahlmännerstimmen für diesen Bundesstaat. Es gibt nur ein paar Bundesstaaten, wo die Wahlmänner nach dem Verhältniswahlrecht bestimmt werden. Nur Maine und Nebraska folgen der Winner-Takes-All-Regel nicht. Da man vorher ausrechnen kann, wer die meisten Wahlmännerstimmen bekommen wird, ist diese Wahl meistens symbolisch. Wer 270 von den 538 Stimmen bekommt, wird am 20. Januar im folgenden Jahr im Amt vereidigt. Egal wer der nächste Präsident oder sogar die nächste Präsidentin sein wird, man sollte wählen, wenn man darf. Egal ob du in den USA wohnst oder irgendwo anders. Wenn du wählen darfst, solltest du eine Stimme abgeben. Falls du US-Bürger bist, gibt es einen Link in der Beschreibung, der dich zur Wahlregistrierungs-Webseite führt. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.